Ja, grüßt euch zusammen. Ich habe mal wieder hier was vorbereitet, was gefunden. Heute ist der 16.08.2019. Gestern habe ich ja was gemacht über Kikaninchen, der Kika-Kaninchen. Und damit er versucht, die Manipulation und Schweinereien aufzudecken, ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Und heute geht es bei einer relativ, wie lange ist das jetzt hier, ein, zwei Tage, war diese Sendung von Logo wieder zum Thema, ja, der Segeltörn von Kreta. Und das Opferfest, wie immer, in sehr, sehr, sehr komischer Form von Logo aufbereitet. Ja, ich habe dann, ich kommentiere das ja dann auch wieder. Und wen der Beitrag interessiert, kann sich das dann bitte bei Bitshoot, VK oder Telegram anschauen. Und all die, die den Link bei Wake News Radio TV anklicken oder das Video und sich dann den Link rauskopieren, ob das jetzt Bitshoot ist. Oder andere, achtet bitte darauf in der Browserzeile, dass da keine Leerstelle ist, denn dann funktioniert der Link nicht. Da kommen als Leerstellen rein, eben beim Übertrag, beim Reinstellen von YouTube zu Wake News TV. Okay, also da achtet nochmal drauf und dann könnt ihr es auch gucken. Dann gehabt euch wohl und schönen Tag noch und ja, wie gesagt, viel, viel Spaß und Freude dann beim Hauptfilm. Okay, tschüss.